Ihr seid ausgewählt worden, weil ihr die Besten seid. Vergesst das nie! Jetzt erwarten euch neue Aufgaben. Bataillon, stillgestanden! Weiß inzwischen irgendjemand, wo dieser Scheiß so hinfährt? Wie wär's denn mit Stalingrad, meine Herren? Ist das der erste Fronteinsatz? Jeder muss mal anfangen, nicht? Was denkst du? Ich denk nix. Weil wenn du hier empfängst nachzudenken, bist du verrückt. Im Namen des Führers. Die Männer haben an sie geglaubt, haben für sie gekämpft. Im Namen des Führers. Fäng an! Das mach ich nicht. 62 vom Zählen war der Druck nicht mehr. 400 Mann sind mir losgezogen. Erzähl es noch jedem. Hebt die Stimmung. Ich hau ab. Das ist mein Ernst. Was hast du da gesagt? Du seid hier in Wilze. Nach allem, was hier passiert ist, denk ich, dass jeder das Richter zu geben. Ich frage euch. Wollt ihr die Verantwortung tragen für den Untergang von 300.000 Kameraden? Wir haben noch keine Chance mehr. Warum kapituliert ihr nicht? Lass mich auf! Ich will auf! Ich hab mit ihm! 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 Untertitelung des ZDF, 2020